Hallo liebe Kunstfreunde! Heute ist es draußen so richtig grau in Grau und ich habe viel Zeit euch was zu zeigen und auch viel Lust und ich habe mir ein Motiv gewählt, was eigentlich so ein bisschen zu dem Wetter passt. Eine Landschaft, die auch so ein bisschen verschleiert, neblig, grau in Grau ist. Es geht diesmal mit Zeitraffer und in den Untertiteln werde ich euch alle weiteren Schritte noch mal erklären und was ihr braucht. Ich hoffe ihr habt Lust mitzumachen und jetzt geht's los! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.